Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Wir machen mal noch weiter mit ein paar Verben, die Konjugationen, und zwar auch wieder unregelmäßige Verben, allerdings diesmal i-er-Verben. Fangen wir an. Herausgehen, verlassen, herauskommen, das heißt salir. Fangen wir an. Yo salgo. Tú sales. Él, ella, usted sale. Nosotros salimos. Vosotros salís. Ellos, ellas, ustedes salen. Nochmal. Salgo. Sales. Sale. Salimos. Salís. Sale. Das nächste ist das Verb kommen. Venir. Venir. Yo vengo. Tú vienes. Él, ella, usted viene. Nosotros venimos. Nosotros venimos. Vosotros venís. Ellos, ellas, ustedes vienen. Normal. Vengo. Vienes. Viene. Venimos. Venís. Vienen. Das nächste ist sagen. Vienen. Decir. Decir. Yo digo. Tú dices. Él, ella, usted dice. Nosotros decimos. Vosotros decís. Ellos, ellas, ustedes dicen. Dicen. Nochmal. Digo. Dices. Dice. Decimos. Decís. Dicen. So, das langt für heute. Muchas gracias. Hasta mañana.